Ich glaube, Paula denkt auch, dass ich einen Goldesel zu Hause habe. Meine Liebe, das hier sind die letzten 5 Euro, die ich zu Hause habe. Und du willst, dass ich die neuen Blushes von Dior teste? Zum Glück habe ich einen superreichen Sugar Daddy, der mir natürlich den Blush freiwillig gekauft hat. Also vorher bin ich direkt zur Dior und habe mir die rote Farbe mitgenommen. Das ist einer der neuen. Und jetzt geht es ab ins Studio. Okay, ich bin wieder zu Hause. Und hier seht ihr die 43 Euro. Ich habe natürlich einen von den neuen Farben gekauft, und zwar die rote. Das war anscheinend die schönste... Das ist die falsche Farbe. Die Frau hat mir die falsche Blushfarbe mitgegeben. Ich habe den in Berlin gekauft. Ich bin gerade wieder zu Hause. Ich habe 43 Euro bezahlt. Mein Freund hat 43 Euro bezahlt. Und das ist die falsche Blushfarbe. Ich habe Tränen in den Augen. Das ist der traurigste Tag in meinem ganzen Leben. Der Pinsel ist voll und ich trage den Blush jetzt einfach auf. Einfach die Tränen wegblaschen. Aber hey, ich habe einen Blush von Dior. Paula, du bist die letzte Hoffnung. Bitte teste für uns die neuen Dior-Blushes und lass dich nicht verarschen. Ah! Tschüss.